Ich muss die Truppen mal hier vernichten. Natürlich schießt ihr alle den Hügel rein, den ich da nicht gesehen hatte. Ach, geht sogar. Wunderbar. Könnte ich mal was sagen? Also im Moment, nach längerer Zeit nicht mehr spielen ist das echt nicht mehr schön. Oh. War überhaupt nicht schön. Nahkampf. Sehr gut. Sterbt. Sterbt. Immerhin habe ich Linieninfanterie, die ist noch gut gegen die Miliz-Truppen. Ich bin immer gespannt, ob die wieder zurückkommen. Oder ob die da echt wegbleiben. Ich könnte eigentlich da mal unterstützen. Mache ich auch. Mit meinen schlechten Einheiten, aber... Die brauche ich eh sehr, sehr selten. Gut, er stirbt. Er stirbt wunderbar. Und er... Na? Er... Flieht. Gut. Gleich nochmal. Ja, ich dachte es mir doch. Warum auch nicht nochmal zurückkommen? Greif die an. Ja, greif die an. Und dann hat sich das. Hoffe ich mal. Bilden wir uns noch zu so einem komischen Haufen. Der dient auch... Oder ist auch gut gegen Infanterie eigentlich. Wenn sie es denn mal vorhaben hier. Können sie anscheinend nicht. Doch, endlich. Gut. Irgendwie flieht der. Wahrscheinlich wegen dem, was auf dem Hügel da oben abging. Sehr gut. Schnell, greif doch an. Mini-Einheit. Tja. Schaut jetzt nicht ganz so gut aus hier an der Stelle. Kann es hier mal beeilen hier unser Kumpel? Der ist so langsam. Sehr schön. Zum Teil zumindest. Ein gegnerischer General ist tot. Der gegnerische General, meine ich. Jetzt gibt es das auf die Nuss. Nuss. Dreht euch. Und. Das Leben noch 84. 83. Okay. Okay, die müssen nachladen. Aber sie fliehen immerhin. Hier drin sind keine Gegner. Sieg. Ja, das war jetzt eher planlos als sonst was. Ich weiß. Aber. Schon länger nicht mehr gespielt. Und. Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich glaube, hätte ich Preußen gelassen, wäre es echt um einiges besser gelaufen. Das wäre meine Bevölkerung zufrieden. Es wären schon mal keine Rebellionen. Äh, okay. Ja, Kroatien, alles klar. Ostpreußen habe ich ein paar Einheiten rekrutiert. Ah. Vielleicht schaffe ich es doch noch, dass es mir gehört. Automatisch. Mein, ich habe es hier weggelegt. Jetzt hack nicht auf meiner Stadt rum. Erstmal das Reparieren. Ah, sie sind zufrieden. Die Bevölkerung ist zufrieden. Das ist gut. Ähm. Hier. Sind sie sehr, sehr unzufrieden. Kroatien. Ähm. Da. Vernichten wir sie besser jetzt gleich. Bevor ich sonst noch irgendwas verliere. Automatisch. Und gewonnen. Nein, sie zieht sich zurück. Weiter. Na ja. Wenn die es noch vollständig vernichten. Glorreicher Sieg. Endlich. Glorreicher Sieg, ja. Alles bereit machen. Gegen die Winzer Army. Witz Army. Hm. Wo habe ich Truppen ausgebildet da oben? Genau. Dann werde ich die doch mal verstärken mit denen. Genau. Spricht dann gleichzeitig. Warten auf weitere Befehle. Äh. Äh. Das sind so viele Einheiten. Das ist sehr, sehr schlecht. Moment. Ach. Gegen die machen wir später noch was. Ja. Die haben uns jetzt zerhackt. Und das ist schlecht. Ja. Das war es eigentlich jetzt auch schon wieder mit dem Let's Play. Ich würde ja sagen, es war ein Let's Fail. Ich kann hier einfach nichts machen. Schau mal die Steuern hier an. Ja, hier gelb ist gerade noch, geht's rot, überhaupt viel zu viel Steuern. Und die sind ganz unzufrieden. Und in den Grauen habe ich es ihnen erlassen, die Steuern. Ach, das ist einfach so schlimm alles. Ähm. Immerhin kriege ich noch Geld. Durch das, dass ich wenigstens noch ein paar Steuern anhabe. Alles, dass die bekommen. Bin mit einigen im Krieg. Und ich habe fast keine Einheiten mehr. Hm. Das hier sind meine Armeen. Ja. Okay, die ist groß. Naja. Es geht so. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.